So, für diejenigen, die sich fragen, was schiefgegangen ist, das werde ich euch gerne erklären. Wir brauchen einen vakuum-sicheren Anzug. Zum Beispiel ein Vakuum-Suit oder theoretisch sollte es auch der Reflect-Suit tun. Denn explosive Dekompression und so. Deshalb waren wir gerade direkt tot. Falls man es da unten nicht gelesen hat. So, also. Jetzt weiß ich ja, wie so ein Schiff funktioniert. Nein, noch ein Stück. Und zopp, zopp. Ja. Ähm, okay. Und nu. Transact? Ähm. Crouch? Counterclockwise? Näh. Was? Okay. Hey, wir haben ein anderes Schiff genommen. Ah, jetzt ja. Hm, 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 hm. Zopp. choose any ship. The left ship. Nee. Nee, das hat mir zu wenig. Ich möchte hin, das. Das hat mehr Schilde. Boat, nein. Ähm. Hyperjump. Okay. View. Okay, abdocken. View. Hyperjump. Lichtgeschwindigkeit. Ja. Ah. Komm her, komm her, komm her. Ach, verdammt. Komm her, komm her, komm her. Hm? Kann ich hier nicht mit meinen... ...Wuffelchens... ...irgendwie schießen? Peng, peng machen? Hiperjump. Ja, äh, nee. Ähm. Mieep! Okay. Ich möchte bitte die Ansicht ändern. Ich möchte wieder irgendwo andocken. Ich möchte wieder zurück zum Boden. Zur Erde. Zu was auch immer. Britannia. Ja. 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 Oh. Fuuu, juuu. Musch. Ähm, ja. Nicht, dass ich mich jetzt irgendwie auskennen würde. Genau. Okay. Hyperjump. Mal gucken, wo wir auskommen. Mieep. Bremsen, bremsen, bremsen. Vorwärts, vorwärts. Drehen. Dann nochmal Hyperjumpen, bitte. Ansonsten habe ich auch keine Ahnung, wie wir wohin kommen. Navigation ist hier ja irgendwie nicht. Achso, ja. Wie? Ah, so. So. Menno! Ja, flieg schön dahin, genau. Oh Mann, das ist mit Tastatur nicht so angenehm. Pschup! Kann ich das auch in einem anderen... Nein, kann ich nicht in einem anderen... ...und dazu war ja... hatte ich ja schon probiert. Nein, der fliegt mir zu doof. Aha! Mäh! Mäh! Tasten! Macht was ich will! Mann! Doof! Aha! Miu? Ja... äh... ich hab keine Ahnung wohin. Back home, bitte! Ähm... Mh... 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 Auch Menno! Jetzt kommt er noch nicht wieder mit Sohn im Mund und Sinn. Vor allem Spahn... Spahn mal irgendwo wo's hinmacht. Nein, das doof, doof. Ist auch doof. Da hätt ich schneller reagieren müssen, ist also auch doof. Mhm. Äh... Äh... andere... Ach, du bist doch ein blöder Curser. Ja, genau. Schieß mal. Ja, genau. Schieß mal. Aha! Flieg weg! Ja, ja, komm... Ach, du bist doch doof! Blöd, Mann! Nein, 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 nein... Doof. Ganz schlecht. Nein, nicht hoch! Komm, komm in mein Curser, nee! Das ist doof. Das ist ganz blöd. Mhm. Hallo, den hätt ich aber getroffen, ja. Nur damit wollt er da mal gesehen. Den jetzt nicht, aber... Ach, Mist. Verschwinde! Verzieh dich! Kann ich grad nicht brauchen. Nein! Ah... Aha. Hey, hiergeblieben! Meiiine Fresse! Es ist nicht zu fassen. Mir geht übrigens der Treibstoff aus. Ach so, jeder Schuss kostet Treibstoff. Natürlich. Hätten wir ja klar sein können. Miep! Ich will hier weg. Die sind alle so böse zu mir. Ich würde dann gerne andocken können. Nein! Nein! Im Übrigen kostet mich auch jede Navigation mit meinem Curser Geld. Äh... Treibstoff. Nein! 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 Ja! Ja! Haha! Ich glaube, das muss ich mir nochmal besser austüfteln, wie ich da hier vorwärtskomme. Mh... Mh... Okay. Ich hab mich dann ein wenig... Upsi... ...mit dem... Raumschiff fliegen vertraut gemacht. Aber... ... 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 So. Ah! Was soll das sein? Eine Barrikade oder wie? Ach, da fällt mir was ein. Habe ich auch die Stanzwaffe gerade ausgerüstet. Also ihr könnt mich mal gerne haben. So. So, das hier müssten wieder die Länder von Britannia sein. Hi. Ja, das ist der Pillar. Dingsy. Glaub ich. Dann ist hier unten, etwas weiter im Süden, Südwesten sogar theoretisch wahrscheinlich, Lord British Schloss. So. Hier quasi, wo unsere Fregatte liegt. So. Dedenedenedenedenedenedeneden. Von da aus müssen wir nun quasi indirekt aus dem Wege nach Süden, um auf den nächsten Kontinent zu kommen und von Mr. Questgeber dort eine Quest zu bekommen, die uns bringt die nächste Edelstein, die wir noch nicht haben. Wenn wir denn hier mal, ähm... Ja, ja. Haha. Mein Blast erschossen, jawohl! Wenn wir hier das Schloss denn mal finden... Aha. Du, Dragon Turtle bist doof. Du bist jetzt erschossen. So. Was? Wo? Moment. Castle Olympus. Ja, prinzipiell nicht ganz falsch. Wenn ich jetzt noch wüsste, da kann... Nein, das ist genau das Falsche. Verflixt. Das andere war von hier aus gesehen südwestlich. Verflixt. Aha, da ist es doch schon. Da ist auch ein Dungeon. Das ist gut. Das ist nämlich eine sehr gute Kombination. Hallo, König! Hallo, König! Servize. Go und kill a Lich! Ja. Liches befinden sich naturgemäß so ab dem achten... Achten Untergeschoss, glaube ich. Ähm, die Weapon... Wir haben unseren Blaster, ja. Die Armor. Nehmen wir, die Plattenrüstung sollte ausreichend sein, eigentlich. Und dann schauen wir uns hier doch mal ein Winitsch um. Ja, ähm... Ja, wir können Geld brauchen. Hi! Hi! Jetzt ist die Frage, ist das klug mit nur sechs... Nur! In Anführungsstrichen, sechstausend. Hitpoints. Hier rum zu stromern. Aber das werden wir wohl sehen. Ach, du blöde Fledermaus. Du blöder Dieb. Du blöder Ranger. Du blöder Dieb. Tiii! Die Stance-Waffe. Aha! Upsi. Ja, also ich würde sagen, ein wenig, ähm... Ja, ist ja gut. Ich weiß, du hast mir auch immer wieder ein Dings hier geklaut. Schon wieder. Was soll's. So. Also wenn wir hier rausgehen, haben wir auf jeden Fall... Genügend Viecher gekillt, um Lebenspunkte zu bekommen. Ich mein, wir haben ja auch schon einige verloren, aber das ist ja egal. Ja, wo denn? Da! Ah! Ja, ich weiß, dass da ein Wi-Fi hinter mir steht. What the... Aha! Dachte ich's mir doch bei dem Schaden. Ich versuche natürlich noch einiges an Ressourcen zu... ...sparen! Soweit's halt eben geht. Toll. Ah! Ach ja, die hatte ich ja nochmal genommen. Richtig. Ja, war nicht wichtig. Da ist einfach... Genau. Mhm. I see. Ja, das ist typisch für... ...eine Leiter nach unten. Level 7. Viel fehlt nicht mehr. Fuck you, Gremlin. Aber da hier schon wieder Gremlins sind... Nö, 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 nö. Das muss ich nicht haben. Ein Lich. Wunderbar. Und wieder hoch. Hehe. Nö, die Spell. Und diesmal hätte ich gerne eine Leiter hoch. So. Ja, also so eine schöne Distanzwaffe macht sich auf Dauer echt bemerkbar. Muss ich dann doch schon zugeben. So, hier wollte ich eigentlich genau nicht hin, glaube ich. Jetzt geht das wieder los. Ja, also. Haben wir noch eine... Ja, wir haben noch eine Rüstung an. Ja, krepiert alle. Ist okay. Toll. Spell leider ab. Ja, ich hab's ja gesehen, dass du da bist. Ich hab noch nicht... Nein! Cast. Bevor wir Climb. Toll. Climb. Achso, ne, da ist ja so ein Kraftfeld im Wehen. Toll. Und hoch. Ja, danke. Nein, runter wollte ich jetzt gerade genau nicht. Ich wär dann mehr für... Oben. Aufwärts. Hier rein. Sieht jetzt nicht unbedingt danach aus. Und, äh, ja, hier haben wir dann mal angegriffen, Toll. Nein! Aber hier geht's wieder hoch. Ja, komm, schieß doch. Schieß! 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 Das dauert mir zu lange hier. Ah, nerv mich nicht. So, hoch. Und weit kann's ja jetzt nicht mehr sein. Na, komm. Ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. Ich hab sonst nix zu tun. Mhm. Ja, ist so gut. Alles wird gut. Das war die Leiter runter. Die wollte ich jetzt nicht... Toll. Nehmen! Aha. Also.